Heute zeigt Lacki ein paar Übungen, die man mit einem Ball machen kann. Schauen wir mal Lacki. Der Hund kann zum Beispiel den Ball stupsen. Ja, stupsen! Gut. Man kann unter dem Ball ein Läckerli legen. Blab, blab, blab. Und der Hund muss dann den Ball wegstupsen. Ui. Ja, ja, klasse! Stupsen! Immer stupsen! Ja, ich glaube! Gut, geh mal! Hast du gut, geh mal! Du mal auf Ball tatschen! Ja! Gut! Somit kann der Hund den Ball festhalten, wie ein echter Torhüter. Super, Lacki! Gut, geh mal! Ja, super! Gut, geh mal! Gut, geh mal! Gut, geh mal! Verkauf den Ball ein Läckerli legen! Ja, gut, geh mal! Und Papier nass es nicht unterfallen! So, mach! Ui, ist läckerli! Wuuu! 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 Wuuu!